Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich nehme auf. Ja, ich auch. Naja, okay, gut, dann übernehme ich mal spontan. Wir sind heute im Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer zusammen mit Rock, der heute mal das feige Lämmchen spielt. Und dann noch den Jan. Jo. Das klingt interessant. Ich muss hier oben rechts runter. Ich nicht. Ich wollte aber gerne hinterher. Mal gucken, ob ich euch noch einholen kann. Ne, ich muss eine Ausfahrt weiter, ne. Leipzig ist ja direkt in der Umgebung quasi. Dann suchen wir uns von hier aus mal hoch was nach Dänemark. Und ich habe letztens beim Skillen extra noch gedacht, nee, du skillst jetzt nicht den letzten Punkt bei Fernfahrten, den hat Jan nicht. Und dann können wir nie wieder vernünftige Konvois zusammenfahren. Und ja. Jetzt hat er ihn. Dann hat er Jan einfach so ganz frech geskillt. Ich bin extra nur noch auf Spritsparen gegangen. Ich bin glaube ich schon bei 30% oder so. Ja, das sind ja nur drei Punkte. Ne, das ist irgendwie 10, 15, 25 irgendwas. Also sie sind nicht immer gleich gestaffelt. Okay. Sehr gut. Ich glaube ich habe schon vier. Ja gut, ich gehe jetzt hier mal mit 30% über die Autobahn, ne. Halt den Geschwindigkeitsrausch auskosten. Heute in meiner Fahrstunde habe ich auch den Geschwindigkeitsrausch gespürt. Ja, endlich mal auf dem zügigen Motorrad. Ja, wobei ich habe mir auch Standardfahraufgaben gemacht. Das war doch nicht ganz so zügig. Das Motorrad war allgemein nicht so geil. Was bist du nochmal gefahren? Der Suzuki Gladius 650 ABS. Das war so eine Adventure, ne? Ne. Ne? Das ist ein Naked Bike a la Duke. Also geht in die Duke-Richtung. Aber sagst du, Duke ist geil ab? Naja. Beides nicht geil in meinen Augen. Also ich weiß nicht. Vor allem... Das Bike fand ich jetzt irgendwie... Also die Bremse war so richtig wabbelig. Weiß ich nicht. Die hat irgendwie gar kein Gefühl vermittelt. Kupplung war total scheiße eigentlich, Schitterhebel. Also das Spiel von hier bis Meppen. Wahrscheinlich auch mega verschlüssen von den ganzen unterschiedlichen Leuten, die da immer so reintreten. Die ist noch ziemlich neu, die Maschine. Die ist erst drei Monate alt oder so oder vier Monate. Ne, der Kupplungshiebel hat einfach ein Spiel ohne Ende. Da müsste man eigentlich mal nachstellen. Und ja, die Sitzbank fand ich persönlich sehr unbequem. Das ist Position war allgemein nicht meins. Wahrscheinlich auch die ein bisschen zu klein. Ja. Und vor allem, ich mag dieses... Ich bin sehr gewohnt, dass man halt quasi so einen Strich zwischen seinen Beinen hat, ne? Und irgendwie dieser fette Tank, das ist irgendwie... Keine Ahnung. Warum habe ich dann mal das Gefühl, dass man sich quasi so sehr an den Tank randrückt. Und das empfand ich halt so etwas unangenehm. Halt mit den Feinds, mit den Kronjuwelen, wenn man das mal so sagen darf. Also du magst es nicht so, wenn der Tank dir an den Kronjuwelen schmeichelt. Das mag ich nicht genau. Und ja, Fußrastenanlagen haben mir nicht gepasst. Ja, aber man merkt, dass sie mechanisch gedrosselt ist. Das ist ganz witzig, weil das ist so, du hast quasi... Also das ist halt einen relativ kurzen Gasweg, ne? Also vom Gasgriff hast du einen relativ kurzen Weg. Und das ist ganz witzig, das habe ich einmal im vierten Gang ausprobiert. Mit halt quasi 90% des Weges, den man hat, ist halt so Lala, der Anzug, ne? Und dann drehst du halt den letzten halben Zentimeter voll auf und dann ziehst du dir die Arme lang. Hm, Kindchen. Also man könnte sagen, danach kommt... Also man hat gerade noch so ein Fitzelchen von dem Teil, wo es interessant wird, hat man noch mitbekommen. Ähm, ich könnte nach Linnköping. Wo wolltest du nochmal hin? Graz. Nee, warte mal. Geza. 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 Richtigstes Dänemark. Habe ich nicht. Ich habe auch nichts in Dänemark, wenn ich das richtig sehe. Ich hätte halt Linnköping. Ja. Das mache ich dann auch. Weil das ist zumindest über Dänemark. Richtung, ja. Mal gucken, ob ich die Fahrt einhole. Also ich fahre gerade an der zweiten Dresdner Ausfahrt vorbei. Ich bin echt nicht so weit weggefahren. Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, hinter der Ausfahrt. Gehe in den Norden. Ja, also ich bin in zwei Minuten, habe ich meinen Anhänger. Ja, wie gesagt, ich rolle gerade auch nur mit 30 Sachen über die Autobahn. Schnell ist anders. Ja. Mal gucken, dass ich dich dann noch vernünftig einhole. Und dann hatte ich natürlich noch ein bisschen Stress mit meinem Fahrlehrer. Halt die ganzen Tugenden erstmal wieder lernen, ne. Ich habe mich ja quasi wie sonst auch mal verhalten. Also sprich, Bremsen mit zwei Fingern und halt nur mit der Vorderradbremse. Musst du mit der ganzen Hand? Ja, ja. Totaler Schwachsinn. Wobei die Bremse von dem Motorrad kannst du eh nicht vernünftig dosieren. Also da hilft eh nur voll reinhauen. Und ABS schafft halt von weg, ne. Also gefiel dir deine WR besser? Ja. Wobei die ja doch bedeutend weniger Leistung hatte, ne. Ja, aber die Bremse war wenigstens schön zu dosieren. Da kommt man sie auch mal schön aufs Vorderrad stellen. Na, ist jetzt mit ABS nicht so drin. Ne, auch. Ich würde es der Bremse auch allgemein nicht zutrauen, weil die, wie gesagt, von der Dosierung her so gar kein vernünftiges Gefühl vermittelt. Boah, alle Ampeln rote. Ja, ich fahre gleich, äh, ich wechsle gleich auf die Autobahn. Also hat mir, äh, nicht wirklich gefallen, das Ganze. Jojo. Dann kannst du ja bald auch, quasi nach deinem Geburtstag, mal ne Runde mit der Kava fahren. Richtig. Aber ich hab's einmal bis auf 150 hochgezogen und dann hab ich mir aber schon einen Helm gepackt und dachte, äh, ich geh mal lieber wieder vom Gas, sonst reißt es mir noch meinen Sturm ab. Hehe. Ach, hast du deinen eigenen Helm gehabt? Ja, klar, ich bin mit Crosshelm gefahren. Meine verschiedene übrigens auf der Autobahn dann gar nichts mehr. Windgeräusche sind doch dann durchaus vorhanden. Ja, du bist halt 120, 130 gehönt oder sowas, ne? Ja. Ja, und halt dann nicht mit, äh, mit, äh, walkie-talkie am Ohr. Ja, so ein Vorgnügen hatte ich ja nie. Ich hab ja wegen weder Hund, äh, damals gab's ja immer die Welle, kennst du bestimmt auch so, weiß ich nicht, wann ist das immer? Achte Klasse. Äh, hier 25er, dann 50 und so. Die Leute haben ja dann auch immer alle, äh, hier die Dinger mit Walkie-Talkie und so, die Fahrstunden gehabt. Aber ich, ich weiß auch nicht, ich find das irgendwie die extreme Geldverschwendung, wenn ich mir das mal so überleg, dass du dann irgendwie erst diese 25er Erlaubnis, die ist ja wohl ziemlich billig, ne? Ja. Ja, ist ja auch kein Führerschein, ist ja nur eine Fahrerlaubnis. Ja, aber trotzdem. Also ist kein, äh, ne, 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 Dings. Kostet auch Geld und dann kommt ja schon Führerschein. Das ist ja dann hier schon Führerschein, ne? AM. Ich weiß nicht, 50er ist halt irgendwie so richtig unnötig, weil mit 16 kannst du halt auch, äh, A1 machen. Ja. Wobei A1 ist, A1 ist wahrscheinlich auch teurer, ne? Joa, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, was Roller kostet. Aber ist halt auch deutlich geiler. Aber es gibt halt auch welche, die erst 25 machen, dann 50, dann A1 und dann A2, ne? Weiß nicht, da, da kennst du ja schon die, die Fahrschule so gut. Ist ja schon quasi zweites Zuhause. Ja gut, ist jetzt auch mein Führerschein, den ich bei der Fahrschule mache. Halt, oder beziehungsweise die vierte Prüfung, die ich dann jetzt am Sonnenstag habe. Ja. Halt A1, B, BE und jetzt eben A2. Äh, in welche Richtung bist du abgefahren? Äh, ist es nur eine Richtung. Auf die A3. Warte mal, das ist doch nicht A3. Was ist denn das? Kann ich nicht sehen. Ja, bei dem kurzen anderen kann ich gar nicht gucken. 13, ja. 13 könnte es sein. Okay. Berlin, Magdeburg? Äh, ja. Sehr wahrscheinlich. Halt die erste, das erste Autobahndreieck nach Dresden. Gehen die Kurven gut, oder muss man da ein bisschen vom Gas? Na ja, ich bin mit 30 durchgerollt, ne? Ja gut, ich will dich einholen, ich fahre ein bisschen schneller. Ja, ich will dich aufholen lassen, ich fahre langsam. Ja, aber trotzdem. Ich hole ja hier schon alles raus. Uh, er holt alles raus. Ich finde es geil, wie die Automatik bergauf bei 100 noch in 11 ist. Ja, muss halt voranschieben, ne? Ja. Ja, und halt wieder voll auf Zug. Halt dieses typische Blinken, Spiegel, Schulterblinken. ich hole dich schon ein. Oh, ja, da ist er. Das ging aber echt krass schnell. Ja, ich bin auch nur 30. Weil ich war jetzt 8, 9 Minuten in einem Ort. Ja, ich bin auch nur dahin gerollt. Äh, halb linken Spiegel, Schulterblick und sowas, die wieder reinbekommen. Das Witzige ist auch, ich habe die Spiegel schon so weit nach oben und so weit nach außen gedreht, wie ich möchte, ne? Oder wie ging, sagen wir es mal so. Und ich muss mich trotzdem auf dem, auf dem, äh, auf der Sitzbank noch runterducken, damit ich, äh, den rückwärtigen Verkehr vernünftig im Spiegel betrachten kann. Ist natürlich vor allem auf der Autobahn. Äh, entspannt. Ah, meinst du, du bist, äh, dann eher so der, der so auf seinem Bike kauert, so. So Kopf an, an Tacho. Ja, wenn ich, äh, in den Spiegel gucken will, ja. Cool. Und dann habe ich mal geguckt, wie das, äh, Motorrad von Suzuki, äh, Suzuki beworben wird. Äh, die Maschine wird beworben mit Leichtigkeit und Fahrspaß. Ich hatte weder Fahrspaß, noch war ich, äh, habe ich Leichtigkeit verspricht. Na ja, gedrosselt, ne? Was hat die, wenn die entdrosselt ist? Äh, 73 PS glaube ich. Zweizylinder V. Ja, aber die, ich finde die halt träge und die schräg langen Freiheit, vor allem bei meinen großen Füßen, ist halt so gar nicht vorhanden. Also ich bin teilweise beim Slalom, bei, äh, oder beim Ausweichen, bin ich halt schon mit den Füßen über den Boden geschrappt und das finde ich sehr unangenehm. Das hatte ich beim Motorrad nicht. Also beim Motorrad muss ich eigentlich schon, äh, beim Motorrad, bei 125 nicht. Da musste ich halt schon ordentlich, äh, Oh, jetzt ist er noch umgeschmissen. Er rupt zurück. Ähm, da musste man halt schon ordentlich schräg lang gehen und ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Du musst in der Prüfung mal, naja, muss ich überhaupt die Fahraufgaben, das Motorrad ist mir viel zu klein, hat auch gar keinen Sinn. Ja. Vielleicht kannst du dich vordrücken. Ja, ich hätte halt gerne auf der eigenen Maschine gemacht, aber das geht ja nicht und mit dem großen Führerschein, da muss man eigentlich, wenn man eine Supermoto fahren möchte, entweder halt SMC nehmen oder man müsste halt ne... Aber SMC muss ja auch schon dann drosseln, äh, muss ja auch schon drosseln. Ja, für A2, aber es geht mir jetzt um den großen Führerschein. Achso. Für den mittleren Motorradführerschein ist die gar nicht zugelassen. Also für A, also für 48 PS oder was? Ja, weil du die drosseln musst, weil die zu leicht ist. Die hat ja nur 40 PS, äh, in A2 Abstimmung und das, äh, und die Maschine muss ja, mindestens 165 Kilo wiegen und 48 PS haben. Wo bist du? Fährst du da vorne immer noch 110 oder? Nee, 105. Okay, weil ich seh gar nichts mehr von dir. Bist noch nicht mal auf meiner TAP-Karte. Ja, also ich bin schon durch den Tunnel durch. weil ich würde halt den großen Motorradführerschein würde ich eigentlich gerne wieder auf der eigenen Maschine machen, aber da ist die Auswahl eher begrenzt. Ja, 450er geht wahrscheinlich nicht, ne? Nur mit offener Eintragung. Weil mit, äh, mit gedosselter Eintragung hat die zu wenig Dampf. Ja, aber dann darfst du sie wieder nicht fahren wegen der Abgaswerte, ne? Naja, wenn das eingetragen ist, ist es eingetragen, ne? Und ich hab wie gesagt einen bekannten TÜV-Prüfer, äh, mit dem mein Vater früher mal ganz gerne Counter-Strike gespielt hat, äh, der Motocross fährt. Den bekommt man damit Sicherheit überredet. Und dann soll er eben die Abgaswerte von irgendeiner anderen Maschine angeben. Gibt's da als, äh, als Dank gibt's ein Krustbraten und die Sache ist gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jaja. Ist gleich doppelt gegessen quasi? Mhm. Das soll wohl irgendwie zu machen sein. Nur wenn ich, äh, A machen möchte, bin ich ja, also dafür muss ich ja 20 sein. Und mit 20 hab ich mit Sicherheit noch keine 450er-350er-300er. Ja. Weil da verdiene ich noch nicht voll. Und wenn, müsste ich wahrscheinlich zwei Nebenjobs machen, damit ich mir das leisten kann. Oder halt kaufen und nie fahren. Ne, das ist Schwachsinn. So einmal im Jahr so. Und dann nach fünf Jahren mit 900 Kilometer runter verkaufen. Sicherheit. Das gibt wahrscheinlich genau dein Metier. Obwohl, die hatte doch nur einen Stundenzähler, oder wie war das? Nein, nein. Die gibt's, aber die gibt's mit beidem. Wobei, aber viel geben die eben nur in Betriebsstunden an. Ist auch im Gelände durchaus interessanter, weil du einfach deutlich mehr Stunden, also im Vergleich halt mehr Stunden als Kilometer machst. Ja. Im Vergleich zu einem Straßenbike. Genau, wie wir hier eigentlich auch mal wieder Antistunden machen. Ja, beziehungsweise wir machen eigentlich Viertelstunden. Ja, genau. Aber erst morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.